Servus, ich bin der Dosa Marc vom Salomon Freeski Team Germany. Ich darf euch heute eine supergeile Waffe vorstellen, der Q-Lab, der Quest-Serie von Salomon. Der Ski ist 190 lang, hat 109 in der Mitte, Breite. Ja, ein paar Eigenschaften von dem Ski. Das ist eine Sandwich-Bauweise, deswegen ist das wirklich ein hartes Gerät, auch auf dem Eis zu fahren. Hier nach wie vor herkömmliche Ballon-Bauweise, das heißt, der Ski ist am breitesten, wo der Rocker anfängt. Das vermeidet eigentlich ein Verschneiden und zusätzlich brauche ich keine so hohen Kantwinkel, um den Ski relativ schnell auf die Kante zu stellen. Hier vorne im Schaufelbereich haben wir das Wabensystem, macht den Ski leichter. Wir haben hier einen Tipp-Rocker. Ja, Einsatzbereich von dem Teil, würde ich sagen, natürlich überwiegend im Off-Pist-Gelände, aber durch das, dass man immer relativ oft switcht zwischen Piste und Off-Pist bei uns, fühlt man sich mit dem Ski auch auf der Piste sicher. Ja, geiles Gerät, ist eine Waffe. Das wäre es uns zu empfehlen. Auf Wiedersehen aus Garnisch-Partenkirchen. Danke. Ich lass uns über etwas diortsation. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020